Seit 15 Jahren gibt es bei Schaco nun schon den Foto-Wettbewerb und seit 15 Jahren bekommen wir über diesen Wettbewerb sehr viele schöne Bilder, die die Produkte von uns im Einsatz zeigen in Deutschland als auch im europäischen Ausland. Wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Urlaubsreise sind, haben sie oft die Möglichkeit, unsere Produkte im Einsatz zu sehen, zu fotografieren und am Wettbewerb teilzunehmen. Es zeigt uns, dass in ganz Europa die Anlagenbauer und Planer auf Schaco vertrauen und es freut mich sehr, dass so viele unserer Mitarbeiter am Foto-Wettbewerb teilnehmen. Luis Göral, stellvertretend für alle anderen, die heute nicht hier sein können, da sie in einer Vertriebshinterlassung arbeiten oder im Außendienst, überreiche ich dir den Gutschein für den sechsten Platz. Ich bedanke mich bei dir als auch bei allen anderen recht herzlich für die Teilnahme und ich darf euch bitten, dann beim nächsten Foto-Wettbewerb wieder teilzunehmen. Dankeschön. Ein Dankeschön. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020